Mein Name ist Samuel Zumbühl. Ich bin der Geschäftsführer und der Inhaber der Zumbühl AG. Unsere Firma ist uns umsonst unterwegs und das ideereich und leidenschaftlich. Ich bin der Geschäftsführer und ich bin der Geschäftsführer. Unsere Tätigkeitsbereiche sind im Gartenbau, Gartenpflege, Umgebungsarbeiten, Tiefwoll, Schreibbackerarbeiten, Forschung und Spezialwolzerei sowie Kommunalservice. Unsere Lehrlingsausbildung ist sehr wichtig und wir bilden unseren Betrieb Gärtner IFZ mit der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau aus. Musik 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 Unser Team ist jung, topmotiviert und aus der Umgebung. Kommt unser Team und lasst ihn überraschen von der Arbeitsvollfalt, dem modernen Werkhof und dem grosszügigen Maschinenpark. Bis zum nächsten Mal.